Wir sind heute außerhalb von Tokio in einer Wohngegend und besuchen heute MaclinTV. Das ist ein japanischer YouTuber und ich wollte heute mal gucken, was der Unterschied ist zwischen großen japanischen und deutschen YouTubern. Und außerdem macht er ziemlich kranken Scheiß, deswegen let's go! Hey! Hey! Kamin! Kamin! Hallo! Hey, hallo! Kamin, Kuin-Kurik! Hey! Welcome! Welcome! Welcome, my house! Hey! Kamin! Hi! I'm the most popular YouTuber in Japan and welcome! This is Amanda! Hi! Nice to meet you! Nice to meet you too! What is this all here? Do you use this for your videos? Yeah! This is my horse! Oh, nice! I like this one! Okay, you try! Okay! What is this? I'll show you my favorite video! Okay! Okay! It's new one! Okay! Yeah! Very interesting! Alles, was du machst, ist jedes Mal schon. Ja! 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 Das ist eine gute Idee, mit der Kamera. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Du möchtest deine Videos wie diese? Ja! Always, ich benutze diese. Kannst du mir deine Most Popular Video zeigen? Ja, ich? Ja. Ja, okay. Hi, Oni-kun, Konnichiwa. Ich bin Bekini-Sensei. Ja, ich bin Bekini-Sensei. Ja, ich bin Bekini-Sensei. Ich habe diese Idee. Es ist nur eine Bedrohung, aber sehr curt. Zurück. Eins, ein bisschen, wie du bist! Ich glaube, das ist ein bisschen. Wie ist der Koma? Ich glaube, das ist das Koma. Ja, der Koma! Alright, ich finde wholly eine bestimmte Video-Einheit. Wie? Ich finde das Konzept. Ja, ich finde das Konzept. Ja, ich finde das Konzept. Wie kann ich meine Videos mehr in Japan machen? Okay. Ich habe ein Präsent für euch. Okay. Mein Factory. Oh. Ja. Tool Factory. Warum bist du lachen? Warum bist du lachen? Es ist sehr cheap. Okay, jetzt gehen wir zum Job. Jetzt gehen wir zum Job. So, jetzt gehen wir zum Shopping Mall? Ja. Ja. Traditional Japanese Shopping Mall. Okay. You're so crazy. No, no. I'm a normal Japanese YouTuber. My employee. Meito. Moru. Moru. Dankeschön. 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 Bitteschön. Das ist Ihr Employee? Ja. Kudoi. Kudoi. Ja. Okay, let's go. Okay, let's go. Let's go. Oh, that's cool. Yeah. I love Arcade. Arcade? Yeah. Arcade, you love it? I love this. Yeah, me too. Me too. It's great. Look, 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 look. Do you like this? Yeah, I like big boobs. Let's go, Mandarage. Okay. I'm gonna blow my head out. Okay. Okay. The next game I will play in Japan is Begoma. Oh, I like Begoma. Yeah? I like Begoma. Why? Why? So material is iron. Ah, okay. It's cool. It's cool? Ja, ich denke so. Du spielst du oft? Ja, wenn ich mache. Welcher du möchtest du? Ja, das ist das. Das ist das? Ja, das ist das. Nein, nein, nein. Das ist das. Nein, das ist das. Das ist das. Das ist das. So, jetzt haben wir Big Oma. Big Oma, ja! Big Oma! Big Oma! Danke! Danke! Jetzt muss ich einen Begoma Pro-Gamer ausfangen. Ich glaube, ich bin gegen ihn. Und ich bin gewonnen. Das machen wir! Danke! Danke! Ein bisschen Pua Simon. Pua Simon ist ein bisschen andere Person. Pua Simon ist ein normaler Sport. Sorenge und Pua. Heute ist zwar Sonntag, aber trotzdem gehe ich heute in die Schule, denn heute ist das Jubiläum eines Begoma-Clubs, die Begoma-Group, oben, ab, ah, hier ist das, ah, hier sind schon die Arenen aufgebaut, die Begoma-Clubs sind, aber die Begoma-Clubs sind, die Begoma-Clubs sind, die Begoma-Clubs sind, Okay, ich habe jetzt einen Begoma, der sehr gut für Anfänger sein soll, dann würde ich mal sagen, lassen wir das Üben beginnen, ob ich das heute noch hinkriege, wir werden sehen, dieses Stück, so ist, ah, Toko, Mini-Toko, so ist, Allein das Aufwickeln ist schon echt eine Herausforderung, Oh, aber er bewegt sich schon, er bewegt sich schon, ja! Ich habe jetzt ein bisschen länger gebraucht, ich habe es immer noch nicht geschafft, die Kinder essen mittlerweile schon, ja, ich probiere mein Bestes, ich probiere es weiter. Oh, ja! Okay, ich trainiere jetzt schon den ganzen Tag, es wird langsam dunkel draußen, ich habe es mir dabei ein paar Mal geschafft, in die Arena reinzukommen, aber ich bin immer noch nicht gut genug, um irgendjemand zu besiegen, aber ich gebe mein Bestes, vielleicht klappt es ja. Ich werde mich mit Ihnen drehen, ob ich mich mit Ihnen so einen Ich werde mich mit Ihnen drehen, um drei Mal zu spielen, Wenn Sie müssen, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie, ... ... Wir haben eine Message. Wir machen das. Es war ein Unentschieden. Das waren unentschieden, aber wir schauen, was noch geht. Ist mein guter Start! Jetzt wird er seine Ehre verteidigen. Oh! Oh! Noch mal ohne Cine. Oh, Arigato. Okay, jetzt wird's richtig spannend. Okay. Cine, Cino, Cine. Oh! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was war das? Oh mein Gott! Oh! 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 Das war mehr Glück als Verstand. Aber so läuft jetzt. Oh! Oh, für mich? Oh! Danke, 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 danke! Oh! Oh! Arigato! Oh! 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 Das sind wir im Ichime Playland. Das ist eine Spielart in Japan, wo es die ganzen alten Arcade-Klassiker gibt. Aber auch so verrückte Spiele, wo man irgendwelche Figuren mit einem Hammer auf den Kopf bauen muss. Ja! Und was sagen die zu mir? Ich verstehe das nicht. Das ist der Preis für meinen Sieg. Ja, lass uns mal reingehen. Ich muss die Kugel werden. Oh yes, alle, alle neune. Boah, ist das laut. Das ist sehr seltsam. Ich hab so was noch nie in meinem Leben gespielt. Sind zwei Autos, die auf so einer Scheibe fahren. Oh, wie cool, das ist in der Luft. Oh, wie geil. Ich hab das bekommen. So ein kleines Tuch von Willi Poo. Wie süß. So Leute, das Beste hab ich bis zum Schluss auch bewahrt. Das ultimative Spiel. Und ich hab den ultimativen Gegner gefunden. Ob er es mir aufnehmen kann? Wir werden sehen. Hast du Schiss? Ja. Du wirst jetzt zerstört, mein Freund. Was kannst du eigentlich? Vollidiot. Und so endet mein Abenteuer in Japan also. Unglaublich, ich hab echt beide Herausforderungen bestanden. Das nächste Ziel wird nochmal alles verändern. Das championship. Das ist Wahnsinn. Und dann. Ich hab die Arbeit mit meinem Leben geschlossen. Und dann. Und dann. Und dann. Vielen Dank.